Hi Leute, Albert hier von WindowsArea.de und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Windows 10 ARM auf eurem Lumia 950 oder Lumia 950 XL installieren könnt. Bevor es allerdings losgeht, möchte ich mich noch bei den Entwicklern bedanken, die das möglich gemacht haben und auch euch direkt mal sagen, falls ihr das Bedürfnis habt, euch bei irgendjemandem für diese Möglichkeit bedanken zu wollen, dann macht das nicht bei uns, bei WindowsArea.de, sondern bei den Entwicklern, die dieses Projekt hier auf die Beine gestellt haben. Ihr findet die PayPal-Accounts von all diesen Entwicklern in der Beschreibung verlinkt und sie würden sich sicherlich alle freuen, wenn ihr eine kleine Spende hinterlassen könntet, je nachdem wie groß eure Möglichkeiten sind, denn einerseits haben alle diese Entwickler sich mehrere Geräte anschaffen müssen, um das Projekt hier testen zu können. Ein Entwickler hat sogar ein Prototyp-Gerät von Microsoft erworben, beziehungsweise wahrscheinlich von einem ehemaligen Microsoft-Meterweiser und ich denke nicht, dass das gerade günstig war. Wenn ihr euch also bei irgendjemandem bedanken wollt, dann findet ihr die PayPal-Adressen von den Verantwortlichen in der Beschreibung. So, jetzt geht es auch direkt los mit der Anleitung und erstmal die Voraussetzungen. Was braucht ihr? Das erste ist einmal ein Windows 10 PC mit x86 Architektur, dann das Lumia 950 oder ein Lumia 950 XL und dann noch ein USB-Typ-C Datenkabel. Wir beginnen damit, dass wir Windows 10 ARM erstmal herunterladen. Hierfür findet ihr den Link direkt in der Anleitung in unserer Beschreibung und auf der Seite von AdGuard findet ihr hier dann eine Reihe von möglichen Downloads. Hier findet ihr einmal Windows Final Version oder Windows Insider. Ich würde euch ehrlich gesagt empfehlen, die finale Windows-Version herunterzuladen. Bei der Version müsst ihr hier dann ziemlich achtsam sein und zwar würde ich empfehlen, Windows 10 18 09, also das Feature-Update herunterzuladen und auf jeden Fall, was ihr hier auswählen müsst, ist ARM64, also nichts anderes, auf jeden Fall ARM64 herunterladen. Bei der Sprache könnt ihr dann je nach Präferenz wählen, was ihr wollt. Bei der Edition nehme ich Windows 10 Pro und bei dem Download-Typ nehmt ihr Download ISO-Compiler in one-Click. Also, hier kriegt ihr dann eine CMD-Datei generiert und in meinem Fall ist das 17763, also die Build und die Datei ladet ihr dann im Browser herunter und sobald sie heruntergeladen ist, führt ihr diese CMD-Datei aus und achtet darauf, dass ihr hier noch einen Administrator-Dialog bestätigen müsst. Und im Hintergrund wird dann die Windows 10 ISO heruntergeladen für Windows 10 ARM und in der Zwischenzeit machen wir die weiteren Vorbereitungen. Also, einmal ladet ihr das Windows Phone Internals Tool herunter, dann braucht ihr noch den Windows-on-ARM-Installer und die Core-Packages. All diese Dateien findet ihr in unserer Anleitung, welche auch in der Beschreibung verlinkt ist. Das Windows Phone Internals Tool sowie den Windows-on-ARM-Installer, beide Dateien solltet ihr auf jeden Fall extrahieren, am besten in eigene Ordner und idealerweise am Desktop, weil dort findet ihr sie am einfachsten wieder. Die Core-Packages dürft ihr auf gar keinen Fall installieren, die lasst ihr einfach in ihrer ZIP-Datei, so wie sie sind. So, das ganze Prozedere beginnt damit, dass ihr den Bootloader des Windows 10 Mobile Smartphones als erstes einmal entsperren müsst. Das funktioniert über das Windows Phone Internals Tool, das ihr am Anfang gleich mal startet. Nun verbindet ihr das Windows 10 Mobile Smartphone, also das Lumia 950 oder 950XL, mit dem PC und im Windows Phone Internals Tool wählt ihr dann Unlock Bootloader in der linken Spalte. Nun müsst ihr bestätigen, dass das Smartphone im Flash-Modus gebootet wird und sobald das der Fall ist, geht ihr zu Download und ihr findet dann unter Modell, werdet ihr dann sehen, dass hier eine RM-Nummer zu sehen ist sowie ein Product-Code. Und wenn das Smartphone eben erkannt wurde, dann könnt ihr hier direkt auf Download All klicken und oben seht ihr dann wohin, also das Verzeichnis, wohin diese Dateien heruntergeladen werden und wie lange das noch dauern wird. Die FFU-Datei, die ist 3 GB groß, also das könnte je nach Internetverbindung auch eine Weile dauern. So, diese Dateien benötigt ihr aber für den Bootloader Unlock. Wenn diese Dateien dann heruntergeladen sind, dann geht ihr links zu Unlock Bootloader und hier scrollt ihr dann ganz nach unten. Hier müsste dann alles auch angezeigt werden, ein ziemlich langer Text auf jeden Fall. Und wenn ihr ganz nach unten scrollt, dann wählt ihr die entsprechenden Dateien aus, nämlich die FFU-Datei sowie die EDE-Datei. Und wenn ihr die Dateien dann ausgewählt habt, dann könnt ihr ganz unten auf Unlock klicken. So, und im Grunde wird dieser Prozess dann alles selbstständig machen. Ihr müsst halt wirklich das Tool auch aufmerksam beobachten und ihr werdet dann im Laufe dieses Unlocks auch einmal gefragt, das Smartphone selbst neu zu starten. Im Programm wird dann You Need to Manually Reset Your Phone Now sehen. Und wenn das der Fall ist, dann müsst ihr auf jeden Fall das Smartphone 10 Sekunden, also den einen Ausschalter drücken, bis das Smartphone neu startet. Lasst es währenddessen natürlich mit dem PC verbunden und das Tool wird dann alles weitere für euch erledigen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, dann wird Windows 10 Mobile ganz normal gebootet und wenn Windows 10 Mobile dann gestartet ist, dann wisst ihr, ist der Vorgang auch erfolgreich gewesen. So, und im nächsten Schritt geht es dann auch schon in die Installation von Windows 10 ARM auf eurem Lumia 950 oder 950XL. Hierfür braucht ihr ebenfalls nochmal das Windows Phone Internals Tool, denn wenn Windows 10 Mobile gestartet ist, müsst ihr erstmal in den Mass Storage Mode gehen. Dafür geht ihr links bei Phone auf Manual Mode und dann wechselt ihr über Switch to Mass Storage Mode in den Massenspeichermodus. Da wartet ihr, bis das Smartphone Display dann komplett schwarz ist. Ihr werdet dann eine Reihe von Partitionen im Windows Explorer sehen und vielleicht könnt ihr auch einen Befehl aufpoppen, dass ihr irgendwas formatieren sollt. Das dürft ihr auf gar keinen Fall machen, sonst beschädigt ihr euer Smartphone und möglicherweise könnt ihr es dann auch gar nicht mehr retten. Also auf gar keinen Fall irgendwas formatieren, während das Smartphone im Mass Storage Modus ist. So, nun könnt ihr schon den Windows on ARM Installer starten und da gehen wir erstmal auf den Advanced Tab. Dort wählt ihr erstmal Import Core Packages und dann wählt ihr diese anfangs heruntergeladene Core Package ZIP Datei aus. Nun wechselt ihr wieder zu Windows Deployment und auf der linken Seite findet ihr dann euer Smartphone, wählt da das richtige aus, also das Lumia 950 oder 950XL. Und jetzt gehen wir dorthin, wo zuvor die CMD Datei heruntergeladen worden ist und dort solltet ihr, wenn der Download abgeschlossen ist, auch eine ISO Datei finden. Diese ISO Datei öffnet ihr und die ist dann gemountet und ihr findet sie unter dieser PC, dann zum Beispiel als DVD Laufwerk i in meinem Fall. Ihr braucht nämlich eine Datei aus dieser ISO und zwar bei Windows Image auf der rechten Seite, wählt ihr dann Browse, dann geht ihr zu Sources, also in dieser DVD und wählt die Install.Wim aus. Und wenn das gemacht ist, dann könnt ihr zurückkehren und dann wählt ihr Full Deployment aus. Dann klickt ihr einfach auf diesen Knopf und wartet bis der Vorgang abgeschlossen ist. Das kann ziemlich lange dauern, im Regelfall zwischen einer halben Stunde und einer ganzen Stunde kann das ganze Prozedere andauern. Und ihr solltet währenddessen sicherstellen, dass euer PC eingeschaltet bleibt, also nicht irgendwie in den Energiesparmodus wechselt, dass euer Smartphone Akku hat, weil im Mass Storage Mode wird das Gerät nicht aufgeladen. Das heißt, ihr solltet jedes Mal, wenn ihr Windows 10 ARM flasht, auch einen relativ vollen Akku haben. So, wenn das Ganze dann abgeschlossen ist, dann klickt ihr unten in der Taskleiste auf Qualcomm MSM Device, also da werdet ihr das Gerät sicher entfernen können, um wirklich jegliche Fehler hier zu vermeiden. Und dann startet ihr das Smartphone neu, indem ihr einfach 10 oder 15 Sekunden lang den Ein-Aus-Schalter betätigt. Der erste Start von Windows 10 ARM, der kann dann auch gut eine halbe Stunde dauern und in vielen Fällen, wenn nicht sogar in den meisten Fällen, endet er mit einem Blue Screen. Das solltet euch erstmal keine Sorgen bereiten, weil beim ersten Start ist das ziemlich normal. Startet danach einfach das Smartphone neu und wartet wieder eine gute halbe Stunde und dann solltet ihr auch beim Installationsbildschirm oder beziehungsweise beim Einrichtungsbildschirm sein. Hier sollte dann eigentlich alles funktionieren, bis auf WLAN und Grafiktreiber, soweit ich weiß. Das ist aber natürlich abhängig vom Gerät, das ihr habt. Der Grafiktreiber ist zum Beispiel aktuell, Stand 24.01.2019, für das Lumia 950 nicht verfügbar, sondern eben nur für das Lumia 950 XL. Wenn der Touchscreen nicht funktioniert, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass einfach der aktuelle Treiber noch nicht verfügbar ist für das Lumia 950 im Regelfall. Diesen findet ihr dann auf der GitHub-Seite des Entwicklers. So und im Grunde war es das auch schon von mir und dieser kleinen Anleitung, wie ihr Windows 10 ARM auf euer Lumia 950 oder Lumia 950 XL installieren könnt. Falls euch diese Anleitung geholfen hat, dann würden wir uns jedenfalls über ein Abo oder ein Like auf dieses Video freuen. Und wie gesagt, wenn ihr euch bei irgendjemandem dafür bedanken wollt, dann solltet ihr das auf jeden Fall bei den Entwicklern tun, die sich über eine kleine Spende freuen würden. Natürlich auch über eine große, wenn ihr ein bisschen mehr übrig habt. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen den Entwicklern für ihre großartige Arbeit an diesem Projekt und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss und bis zum nächsten Mal.